Sollte dich hineinschreiben, wenn du nicht mal Livestreams, sagst du mir. Ja, weil ich auch hier dabei bin. Hey, du machst aber keine Livestreams. Du machst nicht mal Videos. Logisch, es war. Aber weißt du... So, mal läst du einen, oder? Ja, hab ich. So, ein Zuschauer, das... Ich hab auch ein Zuschauer, das nicht. Und wie viel Zuschauer hast du immer? 500. Echt, weiß ich auch, wer es ist? Ja. Alles klar. 500 Handys von mir. Oder nicht. 500 Accounts und Handys von mir. Okay, aber immer noch 500 Abos. Ja, und die hab ich mir ehrlich hier geholt. Ach ja, wie? 500 Accounts. Die hat man sich mit viel Mühe erarbeitet, oder? Gibt eigentlich wirklich einen, der so etwas gemacht hat, mal? Gehörte, alter, nein, oder? Nein, weißt du, 100%. Dann würde ich halt, wenn du so viel hättest, dann würde ich einfach so so Ding, so kannst du ja in Selbstentscheidung, so halt so Let's Plays oder so machen und so. Und Let's Play oder Gameplay. Bei Daylight 20, noch kannst du halt Abfragen, was sie am liebsten schauen, 20, 15, 20 oder bis 30-minütige Videos. Meistens sagen dann 20, einfach das, so kenn ich nicht, du andere. Ja klar, ich würde auch, ich würde auch höchstwahrscheinlich auf 20 hochballern, wärst du. 20 ist am besten. Bloß würde ich wahrscheinlich. Meistens macht man dann eh länger, wie deshalb, weil ja, niemand will die Menü-Kackehle anschauen. Ja klar. Ist doch so. Bei mir wird's generell kürzer werden, weißt du warum? Einfach nur, dass bei Daylight, ich hab jetzt kein PC oder Co, mit dem ich hier zwei Videos, weißt du warum? Ja eben, nicht nur deswegen, ich würde sagen, warum auch. Du nimmst dich meiner Sitzung teil, fick dich doch mal. Ja, das ist ein abnormaler Mykel. Und zwar, ich kann eine Runde aufnehmen, wärst du, dann brech ich ab, weil ich eine Halbwürdigkeit im Menü bin, weißt du. Dann starte ich wieder, wenn die Runde losgeht ungefähr, weißt du. So, dann habe ich zwei Videos, die ich nicht aneinander schneiden kann und die Lücke nicht gut füllen kann. Eigentlich so, man, du kannst sie zusammenschnacken, oder? Ja, aber du weißt, ich mein, man kann die Lücke nicht gut füllen, weißt du. Ja. Das halt, das, was mich nervt. Aber müsste ich schauen, wie ich's mach, weil, ich würde wahrscheinlich richtig, ich würde entweder Singleplayer-Games weiterspielen, so ein bisschen besser, oder ich krieg richtig, der bei Daylight. Ja, magst du, der für mich langweil, wenn's bei mir nicht geht. Nee, also, wenn's halt, Ding, wenn ich Videos machen würde, würde ich halt oft, meistens, entweder GTA Online, 15, 20 Minuten, oder so, halt Spaß, oder so, GTA Online. Du, also, du würdest jetzt richtig, der Fun-A-Lot machen, oder? Nein, Mann. Nein, oder Ding, Singleplayer, let's play's. Hm, alter, dir trau ich zu, dass du einen auf, hier, äh, hier, wie hast du, auf, hier, wie hast du, Typ? Nein, aber wenn man halt wirklich, man wirklich berühmt ist, sag mir so, werde ich nicht. Werde, knallt auf mich. Ah, chat, wie laut, Hilfe, chat, fight mir, chat. Ein, chat, ein, chat, schießt auf, ein, chat, schießt auf dich, der chat, schießt auf dich, alter. Ein, mensch. Warum? Boah, weg ist ein, pimmelt, Mann. Achso, stimmt, ich muss, ich hab halt kaum Geld, alter, ich brauch wieder, bisschen Geld, ey. Nein. Ne, aber Ding, wenn, sag mir so, 50 oder 100k, ist halt auch schon schwierig zum Erreichen. Aber Ding, meistens, wechseln, wechseln dann viele YouTuber dann vom Playstation, also wenn sie dann genug Geld haben, zum Gaming-PC, einfach weil es halt viel Bass ist, zum Videos und so. Na, ich weiß, ich werde wahrscheinlich auf Playstation bleiben, aber ich werde mir so oder so als öse sein. Ja, dann wirst du hier gehen, weil man wahrscheinlich, wenn ein, ja, lass mich kurz auch ausreden, ich bin, ich bin die Schweiz, ich darf ausreden. Ja, und ich bin der Deutsche, ich darf auch ausreden. Ja, und die übt mich das. Du bist ein Arter. Also, hier, ich werde so oder so als Erwachsener oder auch schon als hier, 50-Jähriger wahrscheinlich, weil bis zum 15 kriege ich das Ding noch nicht, mit 15 oder so. Ah, ich werde hier neben mir einen Laptop stehen haben, bin ich ja ehrlich, wirst du? Nehmen wir einen Laptop stehen haben, darauf kann ich ja erstens besser auf den Chat schauen, dann kann man darüber sogar Videos schneiden. Ich meinst, Gaming-PC? Ja, ich weiß, aber ich werde, ne, ich werde es nicht PC, ich werde einfach nur Laptop für hier manche Sachen im Stream besser machen, bei Videos besser schneiden. Ja, ja, klar, aber ich werde es dann wirklich berührende Wissen machen. Der, das wäre das TGS-Fuck, was nie passiert. Ne, weisst du, berühmtesten, top 10, berühmtesten YouTuber, wo noch auf Konsolen spielen magst, der Zuschauer. GOMMING! Wenn ein YouTuber, das wäre, das wäre der andere. Du kannst mir helfen. Ja, juckt mich, ja, wie bist du, fragt der, hockt am Boden. Der hat ne scheiß Ex-Lusten, aber du schlau. Ja, das engreif ich nicht an. Ne, Ding. Das ist ein Jettel, aber Thomas. Oh, Alter. Einfach, weil Nintendo, er spielt auf der Switch. Und dann wärst du sicher, wenn du berühmt seh würdest, auch sicher. Haha. Ja, bezweifle ich aber. Naja, ich bleib wahrscheinlich nicht immer auf der Konsole auf, weil ich... Ja, ich auch. Ja, ganz ehrlich gesagt, dann würde ich auf die PC gehen, ne? Ich könnte wahrscheinlich innerhalb von einem Tag, weisst du, die ganzen Knöpfe ungefähr auswählen. Ich werde ungefähr blind alles machen, weisst du, das wäre für mich nicht das größte Problem. Für mich wäre das größte Problem, ich wäre zu dumm für die Steuerung in jedem Game. Ich würde mal wissen, wo was ist, habe ich mit dem Laser-Killed. Ich würde mal wissen, wo was ist, ne? Aber ich würde es verkacken. Soll man mich angreifen, ich nehme auch einen Laser. Wer, wer ist denn denn in der Mark II? Milan. Nein. Oh, ich hab's euch zuschauen, ne? Das bin ich, du Schlau. Was ist das? So richtig war aufgelenkt. So mal die Laser, bist du das Spaß? Ne, wenn wir wirklich alle zum Beispiel richtig locketen, nur zu dritts und nur, du und ich bedingt werden, wenn man das treibt. Hey, CoTV. Hi, kann man mitmachen? Ja gut, wir werden kein Geld fahren, also wir werden einfach nur in der Lobby ein bisschen Leute umschießen, mehr werden wir nicht wirklich machen. Aber kannst gern mitmachen, auch wenn ich der größte Bot bin. Wieso hab ich den Typ grad nicht getroffen? Ich brot. Ah, da hab ich jetzt getroffen, aber. Kannst gern mitmachen. Du bist hier, Bob, du bist im Scheiß Laser und der meckerst du uns hier an. Ja, da mach's sein. Hab gut mein Comment reingeschrieben, da musst du einfach hier Hi oder irgendwas schreiben, dann lade ich gern Party ein. Ja, ich bin schlecht dumm, ich darf das. Ja, ich auch. Oh, ich hab ihn weggeholt, ich bin nicht schlecht. 2-0 steht. Ich hab auch schon eingeholt, das heißt, es steht auch 1-0 für mich Bayern. Easy. Verpässt dich doch nicht. Ich muss ganz klar, oh shit. Aber wie gesagt, dass ich dich nicht hab wissen, soll es. Alter, um nix, hört sich hier mitnehmen, willst du irgendwo hin? Ich bin Gott im Neidschaft. Ey, Alter, du mich hab jetzt auf einem ganz dringenden Termin, wenn du nicht bloß einfach raushol, oder? Boah, und nach Hause gefunden, fast. Also, ich hab ihn ja gekriegt, auch wenn er explodiert. Du ne Kost und Kulon? Nein, ich konnte dafür bestellen, weil ich schon lange im Chat, Pimli. Pimli. Ich bin beim Haus, oder? Ich find's eben noch so geil, wenn ein großer YouTuber auch mal gesagt, so die Lust hat mir mal gesagt, dass sie ja Geld trotzdem genug Geld verdienen, auch wenn sie halt immer die, die Werbeunfreundlichkeit haben. Weil die muss noch eine Ruhe noch mal was sagen. Und nach hat man ja ein anderer YouTuber gesagt, er verdient nie Geld mit seinem YouTuber, das ist ja nicht Geld geil, weil alle seine Videos immer gelb sind. Und nachher hat man, äh, Ding, ich glaub mal, Boston ist ein Video kommentiert, das stimmt nicht, er verdient, er verdient selber Geld. Und nach, nach drei Stunden wurde er von dem Kanal gebannt. Das ist immer so lustig, wenn ein anderer, äh, bekannte YouTuber, ein anderer bekannte YouTuber bunt, weil er einfach, äh, gefickt worden ist. Und so, Alter, ich muss jetzt kurz mal aus die Uhr zurück, weil mein Laser, äh, hat schon die Stopper drin, Alter. M3 gründen, und einparken. Oh, ist ein... Spiele! Nein! So, ich lade gleich ein, dauert nur ganz kurz, so. Wo bist du denn? Oh, ich lande grad. Ich geh... Mach kurz, ich helfe dir. Ich helfe dir zu Land nicht, wenn ich hilfe, dann bist du sehr schnell am Boden. Bin unten. Nein! Hol dir Laser. Warte mal, stoppst, weißt du, wenn ich es einladen habe, bin ich mir nicht sicher. Hm. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Nr. 1... Ja, das war's, okay. Ich steh nicht. Ja, ich sterb nicht, aber ich brauch' dieses Mut von Leiterglaub gegen den Blutfall. Hi. Hey. Und was geht? Du bist du nicht, aber lass... Der hat mich stummt, lol. Oh, ne, ich hab' ihn stummt, lol. Der hat mich gekickt. Huch, Milan, zuhören. Ja, ich hab' dir ihm stummt, ich weiß auch nicht wieso. schön schiefen nun in der Uwe so die Leute noch Korkam die habe mir gekickt auch ja die 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 Diebacht der der die Wunden Farb Lederl anfordern nachlesen die im gehalten mehr vor und nur und um den 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 war er hat zu betreten wenn du bei mir haben wir haben alle röpfer den beitreten er wird er hat damit gebraucht als freikartig also weil ich möchte nicht hier der beiden an einfach nur ist dann bitte beschicken weil blutkrieg das richtig erledigt ich will mich mittlerweile versuchen das zu machen beim leder er kommt nicht weiter dann nicht auf dem landes nicht schieb dort war ich glaube ich bin ist ach so hätte ich sagen will dass ein kranich ich fliege hinein um ein gläser steckt in den füßen hier ist ein laser mit geister orgi bei mir dann krieg ich das ja jungchen am einsteigen dann töte ihn oder warst du das dumm der hier vorbeigeschossen hat nein mann ok ich hab grad schon geister orgi aktiviert ich hab ihm keine gut glaub ich dachte es ist dumm habe ich irgendwie auch die vermutung aber ich habe ja das ist ein geistert mit zirken war kurz mal kurz wo es wird noch was soll das ist dann ist deshalb gestürzt nein und hat einen gegrillt wurden nicht weiß ist und ich muss einen Anruf ich habe noch ein bisschen ein bisschen krass durch und kann er kommt auch zu mir er hat es ist kein Max der Skala schaub ist kein Röder hat KM er wollte mich gar nicht töten aber wurden er ist im Casino Casino wo wir damit ja ja er hat er startet gerade noch ein paar Nächste er hat voll das ich habe noch ein weiteres er hat er ist schon am qualm mir gar nicht stark mit einem Film so gut da oben ist dann auch das macht es glaube ich da geht es ich bin hier abgm mich hohe das ist immer noch mehr was denn wir waren noch mehr die ja damit schön für dich älter im jahr ja ich bin weil ich gestorben dieses geheimativen hat mich und den anderen geholt ich hatte den geheimatischen so werden so Prozent Fahrzeuge Barter kann ich erst mit dem Anfordern die ich bin schlecht abverkauft und auf den ganzen Erdbeeren ja n Röder Nö, danke. Ich glaub, so wie's ist, anfordern, nein. Fahrzeuge, ich kann erst mal eine Minute, wird anfordern, geil. Das motiviert ja. Ich will unbedingt, was ich anfordern soll jetzt. Ah, und der ist tot, ich geh auf Mace Bank. Hast du, wie ist er gestorben? Er ist irgendwie in den Boden gekracht oder so. Aber, Junge, das sind immer die besten Laser, geil, das ist auch hier am besten sofort, wenn das weg ist, vom Radar verschwinden. Hehe, he. He, he. Ach, Steinach, ich gestern原因e als Hohen gegründet, sozusagen. Ich geh Sven, zwei, drei Monate. Vor allem, ja, ich bin auf Việt殊, ich bin渐end. Schön, wie soll ich das alleine sehen gehen?" Ich, das ist unverstebt. Ich finde auch einen夜- und Disneyland nicht haben Medien. Geht, dann mach es. Geh, dann mach es. Ja, leuteiv. Nein weißt du, bin, du ich ... so er hat man ich will gleich meinen hat den Anstieg ganz zurzeit mit dem Bokker von Köln überlassen ich werde mir mal eine BL-Fuhr ich bin schon Max ich würde den vier wenn du mit der BL fließen würde ich dir ein bisschen empfehlen Bombenkitzel üben weil sie noch nicht Bock wenn man trifft Milan ich habe eine Kuhle mit Bomben ich weiß das ich bezweifle dass du die hier benutzt hast doch hab ich ich hab ja auch schon mal ich hab ja auch einmal gegen dich benutzen darf doch einmal hab ich gegen dich benutzt das weiß ich nein ja klar ich weiß nur was da um die Uhrzeit ne Mino Junge ist da wo du immer noch ein bisschen anfordern kann oh dammit nix passiv lol ja weil der kacken ist und der ist abgestürzt und ist direkt kassiv das Geilmechanismus ein ZL Schichtfahrt 1 5 6 das sind Profis konnte machen ja geil das nur die vier typische Lobby irgendwie oder ja jetzt und jetzt meine BL in die ihr werben da und die so gespann dass ich abheben kann ich bin froh bei mir ist wohl nämlich die BL für 90% so dass ich nicht abheben kann kennt ihr das oder bin ich einzig ein bis ans das ist gut oder was aus erkannte bis zum plötem abzuheben etwas das war geplant oder kann es etwas sein nein ich weiß nämlich nicht mehr naja ich kann starten was ich was wird wer hat das alte wird ja moin jeder alter kann eben mal zum richtigen later lobby jetzt hier ne bl probiert raus geworden gleich um eine dritte das werde ich jetzt nicht erwähnen ich hätte mich reingeflogen oder du in ihn hast du ein hunter wenn ja kannst du mich jetzt abholen sperrfeuer flieger bis normalmann in den hangar an wer er wäre mit dem passiv monos nein alter das immer die besten abfucker oder ich bin wieder hier Hi Domo Warst du knapp Domo? Du passiver Spieler Ich bin nicht mehr lange durchgefahren Ah, jetzt kann Ex-Dominition mehr glaub ich Hier unten bin ich Wo ist der Sky-Typ? Der ist hier Wen hast du weggemacht, ne? Was geht? Max gibt uns kurz die Luftdurchschütze muss lang abhelfen Ah lol, du hast ihn genauso wie ich gemacht Der kämpft da immer noch in der Lücke Oh, jung, der will mich jetzt Ex-Dominion snipen Danke Wie viel Ex-Dominion zählt die B11 aus, ohne dass irgendwas passiert? Ich hab 8 Ohne dass irgendwas passiert? Ja, äh, 4 Okay, gut, ich hab noch keine Aussetzung Geil Ach, mein Aim ist wie ein Stück Toastbrot Also wie du Ich kann dieses Geschütz einfach komplettieren Wenn ich bin, dann fliege ich meistens Also als ich Hunter geflogen bin, hast du alles damit getroffen Sprengeschütz Laser Ja 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 Du magst, bist du geschützt, oder? Weniger Ja Ich mag's, wenn ich Hunter fliege und jemand drinsitze Ja Oh Der Mensch, wenn man nur weiß, irgendwo Vorsicht, den Heli und man will lenkt Raketen aus, um zu schauen, wo der ist Das ist Dominik, alles gut Oh, wollt ihr mich töten? Ja, wollt ich mich Ja, wollt ich mich Wurst, Max, muss ihn wegballen Ich hasste, ich bin der B11 Ja, B11 Okay, Domo, okay Wo bist du, Domo? Komm hier, Boy Nein, Max, lass das Dann lass du's Hi, Domo Toastbrot Aim ist da Was geht, Dominik? Guck, mein Geschiss soweit Fichtig, ich klicke gerade Kopfhörer war so, ey Komm, soweit Bei mir kommt nix an Eben Dominik hat sich halten, das passiert nix Du schießt, Dominik fliege auch gerade Kopfhörer war so Herr Toflame Geiler Namen, Mann I review KD Wer sich so nennt, das nix gut Das hat mir das kein Max geschrieben Ich find's immer wieder witzig Angst Dom, hör auf, der ist, die kommt soweit Ich bin immer schön hinter dir ich mache ich doch ich suche mal hier noch zu sein, wir positionieren uns nein, du fliehst dich in den Hangar Max nein, mach ich nicht warum schießt ihr hierher? ich mach gleich meine Bomben nachdem du unter mir bist ja mach doch, mach doch einfach zurück oh, oh, pss ich kann auch nicht mehr auf ich bin erfahrung gestritten Ich dachte es sind noch etwa 10 Meter bevor ich an dich klatsche und mach drrrr Vor allem Dominik, du wär grad schon wie so geil oder? Weißt du ich sterb noch 35 Sekunden, du! Juhuuu! Zieh doch! Vor allem, du so mach doch, ich wär einfach mal echt ein runter Weißt du das geilste ist hier unten ist hier so ein Spieler der sieht nur da so eine B11 steht und stellt sich nebendran Soll er kaputt ist? Ja! Mal kurz, ich will es auch anschauen Äh, auch Junge! Ich denke, wir müssen das nicht kontrollieren Juhu, ich hab dich nicht kontrolliert Ich seh gerade dort, ich seh's So, Security Surface, Fahrzeug, Buzzard Warum stehst du nicht auf ein NPV? Oh, Buzzard, gratis Schlägt die Klappe, muss ein Rückspiel Also ich mag hier mal wohin Der Mann, wenn dich ihn anhobst und du jetzt einfach nur aus Prinzip dein eigenes Fahrzeug bestellst, oder? Und jetzt hat er mir geschrieben und jetzt abwarten, bis ich rauskomme Ah, ha, ha, ha Hey, wo ist der Kack? Ach schon, der ist kaputt Ups Ups Ups, wollte ich nicht zufrieden I'll get there as soon as I can Hi, I'll get back to work Aus Versehen passiert Hm Oh, wo ist der Kack jetzt? Ah ne, da hinten ist schon was gespawnt, ok perfekt Sind wir friedlich? Ja, wow, ich glaube, ich bin immer friedlich, Alter Der Mensch, wenn man einfach nur der Ego ist Der Mensch, wenn man nicht der Ego ist, Alter Und ich denke, er hat sich nicht Sehensprache nicht gern Ich hab' gedacht, dass wir an die anderen, ne? Also unsere Leute auch in der Luft So, warte mal Er ist das in einem Leicht Was, der wurde leider gespawnt eigentlich? Ich hab' reingestellt, wurde der Kackesbord Wenn du gestürmt bist, spawnt, der Skymax hat geistert, wird auch mehr, ich bin hier im Back Oh, wow, ich hasse es, ne, wenn du gestürmt bist, spawnt, vielleicht nicht Leute, der Skymax kommt wieder mit ihm im Geister Ach ne, Junge Wenn du gestürmt bist, dann kann er nicht mehr spawnen, dann musst du warten Beim Blick immer dein Laserspaß Nein Oh Gott, ich geb dir den Nein, ich bin nicht eingeschützt Ähm, der, 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 der gerade am Fliegen ist, wie kann ich dich nennen? Wie? Jürgen? Hast du, wie? Jürgen? Nein! Och, sieh! Ah, Mh! Mh! Liem! Mh! Ja, du musst erwischen wohnen Wie kann ich denn was nicht? Okay, Liem, halt mal ein bisschen die Augen offen Nach dem, ähm, Typen da der sich geister gemacht hat, das kann ich nicht Was hat das Laser? Du mal auf Dome, hast du, wenn Wir sind im Laser bei dir, wenn du zwei Plätze Nein, es wird nur einen Das wäre viel, wenn bei dir zwei wären da könnte ich mitfliegen ich hätte mich runter an den Strand, Alter, ganz ehrlich dann du willst ihn unbedingt abfacken, weil er mich gekiltert hat, ne? macht das Spaß, ne? hm, nö, weil er dich gekiltert hat ja, boah, du willst unbedingt abfacken, weil er mich gekiltert hat äh, nö, weil er dich gekiltert hat außerdem vielleicht sind wir friendly, vielleicht sind wir nicht friendly, das ist dir die Frage ach so dumme, wir schauen Leute ah, wieder an ah verdient ist das ein Laser gewesen? Dominik, da ist ein Laser, der dich töten will ist der, den du auch getötet? okay, das war so mit dir ja, wegen dir hatte ich nicht mehr viel AP, Mann ja, pfff, ich hab mich erschreckt, wenn du einfach unter uns durchfliegst ja, wow, und du, BOOM leg dich ach, ich hab angeschossen der Laser, Mann er hat sich fast selbst weggespringt ja, komm nochmal, bitte greff mich nochmal an ich hab jetzt Raketen ausgerüstet neumpinke ok Problem ist jetzt, Mann, der hat so einen guten Anflug, Mann, ich werde sterben ja, er war, er hat so einen guten Anflug gehabt und hat ihn einfach total verkockt, Mann war er hinter dir, oder was? nein, er war vor mir hier, aber trotzdem hm war's mit dem Laser, oder nicht? ja, ich seh'n wo? ich mein, ich hab' meinen Ex-Plus, hab'n nicht ausgerüstet, ich hab'n keinen ausgerüstet ja, ich hab' die zwar ausgerüstet, ne, aber ich hab' daran keine, jene oh, der verrägt, was ein Lappen das ist oh, der ist tot in wasser geflogen oh, der ist tot ey, was für ein Level ist der Typ? der ist Level 100 und was 175 und er meinte zu mir, ich wär' schlecht, weil wegen meinem Namen und allem und der verkackte so was wegen Namen? da, da muss ich nie da muss ich ihm recht geben, Spaß äh, Alter wir haben uns wir haben uns einen Fortschritt gemacht, du lässt dich nicht mehr immer provozieren, nur noch zu 90% ja, bei jeder Fortschritt ist ein Fortschritt, oder? ich muss hier immer noch nicht warten da, komm, der Helikopter oh, bitte, du hast jetzt ganz erwitschen okay, ist noch besser bitte auf Lack rausnappen okay okay, natürlich nicht er hätte mich auch wundern, wenn du mal Lack hättest ja, ich hab nämlich nur Sk- hm 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 äh eh oh, hab' mich verschrockten ich hab' mich verschrockten die fressen man sieht voll wieder auf mich zufährst und dann wohl du nicht mal in meiner linie war es noch mal extra nach links gezogen und hast mich voll weggekampft gesagt nein man hat mich verschrocken verschrocken vor allem wo ist der herr verschrocken wo ist der typ wo vorgehen mit dem laser richtig kaputt hat ja der ist weg ist er wieder ghost organisation da fehlt etwas und das sind die eier könnte ich habe mich nachvollen ich bin gerade in der kruppe drinnen mein laser hat nur einen platz holen geht nicht ich muss zu meinem laser milan warten noch ganz kurz ein paar minuten bis ich bei meinem laser bin dann habe ich mich aussehen ganz schnell einsteigen einmal schieße ich kann max tut mir leid wenn ich jetzt okay ich treffe dich nicht man ja vor allem jetzt nach dem motto ja komm bin ich im europa auf ich fliege dich hinein ich fliege dich hinein ja das mann ich bin nicht in deutsch milan spricht nur französisch sie haben sich genau wie dumm in hochdeutsch kann es nicht so war mir lange kurz ganz kurz noch milan oh ich muss ein nächster bei milan kann ich sagen ob ich mitnehmen kann so ein herzinfarkt schon woche wo er gesehen hat dass ich ihn angeflogen bin da kommt stefan da kommt er denkt sich so weh oh da kommt er so mach mal den hilder weg der kommt so mach mal den hilder weg das zielt auf mich lenker kriegen einfach weil ich es kann wohin willst du das sind zwei dom aufpassen ich bin der hier wir sind zu zweit der leute der hand ist unten rausspringen was eine nutte ihr seid zu zweitem blazer vögelt die noch jetzt mal weg du sagst wird ein fairer kampf wir lassen euch kämpfen und bei einem ist unsere schuld er ist doch so wir lassen euch kämpfen weil ihr sagt es wird ein fairer kampf und schuldet ihn jetzt weg ich muss kreise fliegen warum dumm warum muss kreise fliegen linker krähten hinter meinem hautschen das ist ein schießt das hat der wo ist der typ weiter der hat einen schwarzen buzzard an einem schwarzen himmel das riecht ja eigentlich anzufliegende dumm röp war noch ein peter als auch geschehen schweiz aufgesprungen da am 1 ob er auf mich sehen die noch nicht so gut ich auch nicht nur ich auch nicht schreit genug bin weil ich habe mit Nächsten drüben er zieht sich das mehr noch ein Köln ah ja und ich sie auch m ich habe Anflug auf den Menschen verpackt ich bin schlecht Domo du bist dran ist kommt ein Anflug ich glaube ich noch schlechter und man muss und es ist in der Basis OO wer wird OO wer wird georbit von uns wer wird georbit ich glaube ich doch nicht da muss auch schon laut und schnell mal manuell mit gegen Lays ist schon fast bisschen muss man extrem da kommen dass er bevor er BOOM macht ich gerade obiegt versehen MOLO versehen alter was war das denn hier weißt du guck mal ich bin hier so einfach da am visieren die Hälfte auch sind zu ihr schießen was das ist und dann auf einmal bis zum Ausbild der Kredite wie sie sich an und schießt die Schild von alleine also ohne nicht sein ja ich habe die Hälfte und die Schilder der ich hab dich gestritten wir haben einen roter Platz hat sich gestritten ich bin in den Stocken um bereits bin zur flughafen ich stelle es mir so vor so geht das sechs dort ist alles ein bisschen mehr zu zerstörbar wenn man mit dem roterblatt etwas zifft wird stärker dass das roterblatt ist also alles als 90 prozent alle so zum beispiel graus oder so der brümer gras mit einem roterblatt bäume blätter und stücke mann die kann man nicht gleich mal wenn man gegen ein haus fliegt zum beispiel das haus gekappelt so weißt du du magst im büro und ich sag so am mocks mache ich so nachher sagt dann so eine leben und der schattelten Fenster kommt zu entschätten noch verfehlt sich ich will es immer nicht riskieren das sind bei ganz anzugreifen das ist ein job für max und doma warum um 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 die 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 max ich glaube das wird auch nicht klappen was wird nicht klappen maxi zeit davon muss müssen sterben ja ich habe viel zu weit hinten die triffst du aber oder und die halten automatisch nein dort wäre eine gewesen ich denke ist jetzt 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 aktivierte aktivierten laser und schieb habe ich gerade genau vorhin geschossen aber er damit kennt man genau vor einem hört genau dann aufschieben dann und dann ist passiert warum der passiv nein das wort der positiv ist den habe ich einmal gilt glaube ich sie mit schon mal geflogen also mit geflogen dann wird es erst mal bei waffen bei waffen aber ich würde direkt am anfang empfehlen stellkreuz auch rechts gedrückt halten und sie hat uns besser gehört das wird man schaum sein so du kommst nicht mehr drauf naja Dominik Kappeler getroffen so was war also hat Dominik getroffen Milansch hat sich die Zeit schießt nach mir die Säcke ich nicht der pilot kann ich treffe mich einfach so gegen uns dominik will die ganze zeit zu selbstmordattacken machen du hast mich berührt das bist du schuld ich würde dir empfehlen jetzt andere schlitz zu gehen das besser wir können ja so machen ihr zwei gegen uns das lesen wir greifen euch an ne danke ja komm da muss man schon in avenger ohne gelenkte ding da müssen wir wenn schon in laser äh nicht in laser in die ohne gelenkte ohne gelenkter kredi avenger mit avengers mich ein bisschen fairer du und da halt dir einfach nur da halt dir einfach nur ruhige dinge gegen einen avenger ich glaube das ist ein bisschen fairer als gegen eine bombochka nein unfair das ist total zufrieden ist unterstorben ist er nicht alter man braucht einfach eng wenn man einmal gegen den roto erinnert man immer das ist mein problem dass ich das ähnlich kippen Neuberg auch ganz genau ja oder das aber der altrund ist es nicht so richtig zu gehen wer ist so hochnäsig wird hochnäsig irgendwie schon und er ist sogar schon dumm und weiß nicht was wohnen ich weiß es noch nicht willst du fliegen oder wurden autopilot es muss aber kurz mein leser wieder auf neboden weil es halt molo mich überfahren hat was überfahren fliegt es gegen uns die sommer in der luft überfahren ja da muss auf dominik warten und warten bis wir auch bereit sind welche farbe hat euer scheiß hier Avenger wenn es wäre es ein weiß schwarz-grau wo soll weiß das ist ein Tarnmuster ach ich habe es ja schon äh wir fliegen noch ein bisschen hoch aha die fliegen hoch dass ich den heiliger antworten wir können uns auch in den hangar stellen hä in den hangar da unten was auch für den domenik verständlich wird ey domenik weiß warum wir sterben werden ich halte einen wie ihre komischen rocket dinger aus dem Avenger hier gespand bereit mit nur kurz machst du auch piloten mir an der fliegst du rum das wird schwieriger autopilot okay herr wo hat da wenn sie überall waffen um oben nach hinten und unten das heißt von vorn an fliegen also da hat keinen wirklichen schwarzen winkel schwarzen winkel ich nenne es über totenwinkel aber das meine ich ja schwarzen winkel ich glaube es wäre nur rassistisch im land also im land ist ein rassist irgendwie wärm bereit was geht's bitch ok ich bin bereit domenik weiß warum nicht sterben weil einfach Avenger und zwei kanonen mann les ist schon nach einem schuss am anschein ja das sollte ich bin so peint mann mich sieht mann von dreck und ich bin so schwarz mich sieht mann auch fuck ich hab domenik verloren aus der sicht schweiß ich weiß aber ich hab ihn aus der sicht erst verloren äh pfff hab ich gerade genau die hab ich gerade alter lol ich hab gut getroffen sogar einmal ah ja magst du ich hab recht den roto getroffen ich hab recht den roto getroffen doch nicht sein franzig getroffen alter äh 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 hilfe 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 easy mann ich hab das ist rack ah wir werden mit domenik ins Wasser stürzen gut gemacht domenik ja weil ich der king bin und der hochnäßige moro kapverkackt hehehe aber mir land was wirklich nicht was hochnäßig ist nein weiß ich nicht und gestorben mann ich bin der klinner mit dem mox mann mein frack alles geht ey nein wir sind doch noch nicht tot dumme hilfe du kranker wow domenik ich hatte domenik problem ist ich komm nicht mehr weil ich hab drei minuten krugel da domenik mir hat er bei den scheiß Schiffen auszuweichen du arsch mann domenik jetzt ist dein frack dass du einfluss aus kranken übelst ja ich weiß man das ist der king ja am frack ja ich muss jetzt kurz warten aber ich hab euch ein roto einheitlich mal vorhin getroffen aber uah ja und mein frack hat noch ganz viel damage gemacht weil mein flugzeug habt ihr abgeschossen domenik hat wirklich den meisten damage und erst wo das flugzeug auf euch lag ist es dann explodiert also doppelt damage mann ey ich flieg ich geh jetzt so kurz zum ding wo er ist mir lange muss den menschen bleiben bis er kaputt ist dass du mir müsst davon kaputt bist ah ich weiß warum ist der el cuapo ok ich glaube der fahrer nein da fahrt liegt immer noch drauf dinos oder liano oder liano wie du heisst und im laser warum bist du nachdem angeboten er ist so im venner hab ich jetzt eigentlich getroffen wieder ach er ist weg aus mit venger verhütig nein hihihi ey Milan machen neue schießen auf mich mann wie einfach immer schützt ob ich am kopf und dann kann man ausweichen ja klar wenn ich schon eine fliegende festung es auch wir könnten das ganze jetzt mit einem muss sie machen manchmal war es ist so gut hier ist es so dumm du bist du meinst braunig ist gar nicht dann nicht weil ich habe ich es die er muss sie würde ich niemals treffen den roter von denen treff ich sofort wenn ich will ich gehe heulen alter der lese schon gewonnen man muss von oben angreifen das hat sogar keine waffen ja so ich habe nur vorne und hinten dann müsste die somit kann schaden angreifen ach war ein ding da klappt nur im gs und keine springs ganz kurz ähm lion ja auf jeden fall da hast du ein mtw mit raketenbatterie und damit war noch ein kopf gell ich bin jetzt den avenger das mtw positionieren wir uns richtig weit oben das wäre unten wer oben wer hinten wer muss ich hätte wie das obere geschützer nehmen und der andere und dann er geht dann wahrscheinlich aber diesmal wir müssen kämpfen bis der avenger wirklich die stadt ist bis wir rausfliegen ein problem ist man wenn ich ein Mann fliegt dass man seit 30 jahre lang war aber als ich will wenn ich nicht wasser gefühlt gefallen oder was dann passiert aber das ist aus dem Schaden in einem Flock damit du musst du ja auch wieder geht es freundlich wenn sie so weit runter gerissen und dann muss ich einfach nur noch trieb wegballern also auf die vier Brotten kommen wir waren hier über den Flughafen das Ding von Dominik hat uns bis nach ganz hinten auch nehmen sie sind was soll ich so weit drüber geballert was ich nehme alles rück mich hat ein piraten ab jetzt das weiß ja auch was die ganze explosion war wo du nicht angeflogen ist hier unten das macht man nicht diesmal mit den vorteil das ist hell ist ja das auch für uns ein vorteil ich bin noch nicht bereit ich muss uns geschützt ich muss uns geschützt ihn schon drei zwei einsagen und einer schießt okay 321 direkt auf domenik im stock von unten von unten wachs hat angegriffen haben sie richtig schon von oben oder amnig scheiße wir werden komplett weggefögelt finde ich gut ich nicht woher auch das ding hat mich schon fast geschliffen Max, du musst wie ein Ding schrauben drehen, nachher können sie dich nicht so gut treffen, so ein bisschen hin und her und schrauben. Die hast du nicht getroffen? Der eine Router steht schon von denen, der eine steht schon, dumme. Ach du kacke, es ist... Nein, es stützend ist, nein, es stützend ist. Wie oft hast du drauf geschossen auf diesen Router, auf den einen, der steht? Schon oft, schon oft. Ich habe auch am Anfang einen riesigen Anblick darauf gemacht. Miam, wieder getroffen. Nein, das ist nicht so, wie du, wie du immer du, wieso musst ich allein machen? Ich wurde lange überlebt. Die haben immer einfach durchgehen auf mich geschossen. Was für ein Sicki. Max bis zu oben. Hey, ich habe dich nicht gesehen, alle! Beide muss uns unten stehen. Seid ihr tot! Du musst uns jetzt noch im Falschem töten. Ja, ne Mann. Ein Scheib muss uns im Falschem töten. Oh, der stützt doch der und der Wünsch, der noch ein Mal. Ja, warum nicht. Ist was hier dran? Nein Mann, ich brauchst du erwähnen. ich habe die welt manipuliert unten und ich habe auch wünsche ich glaube das war auch ein bisschen fairer aber auch nur mit den mg geschützt ja also ich werde ich schwer spring geschützt wie das ist sehr schlecht also ich finde es fair ist nicht derjenige milan oder jetzt über muskel ja das magst du dann dass man mit der milan ich will nicht mit dem schwulen ja ich doch ich möchte nicht mit dem schwulen avenger du bist ja auch nicht mit dominik ja mit dir ja max und milan greifen uns das mal jetzt an also greifen mich noch der die links bums ich kann ja lien und ich greife mit pfann und zwei abwärts ok komm muss ja ich auf dem weg warte aber alte war mein anflug eigentlich gut achtung lana kommt ich schätze ich habe mich nicht getroffen aber ich habe dafür ob er und schütteln gebraucht hat auch m er verlassen allerdings sind weil wir sonst nicht in meinen händen es ging kommt schwul neid und nicht mit mit dem bernberg kommen und jetzt hat nur jetzt 9 bis zum spiel 9 du musst du noch nicht hier immer wenn du auch kein spät vor ihr ja weil ich nicht so stark ist damit wenn ich hier draußen dann können wir schwer vorher schießen ich habe keine ahnung wo welches ich stelle mich einfach irgendwo hin als letztes Jahr so gut wie lange willst du ich will ins oberen ja wo ist der arschkopf da oben wo ich der scheiß du kannst einfach in den geschützten und her skippen nach welchen ich auch nicht wenn das hier und schiebt aufflogen sobald ich kann wenn du im hinteren bist dann okay du bist in oberen du kannst doch einfach hin und her skippen nein kein bock ich mache es mir viel umständlicher ach fick dich fettig du bist da fick dich so YOLO warten ich muss noch in die Kamera gehen so wo seid ihr ich bin ein Lutscher so okay seid ihr bereit alle will ich wie bei ungewöhnlich wird schuld let's go was seid ihr weit oben oder irgendwo am ich bin ein Lutscher das geht das geht ja klar ja genau dann ruft mich AAAAAAAA ja getroffen Alter viel verpanzernden Bitsch junge ich sing halt euch nicht mal ne in keiner Kamera er ist so dumm Wo ist Milan? Oben, oder? Ja, oben. Wir greifen einfach von unten an. Stoßen weg! Ja, er schubst uns, Alter. Juck dir nicht, ne? Ja, genau! Wie schnell ist die B11? Zerstört, Mann! Also Lays ist viel angenehmer gewesen, Mann. Du bist Milan, du bist die oberen Kamera. Kümmer dich um den Typen, der von oben kommt! Ja, es ist ja auch jetzt hier... Da! Ja, Mann! Okay, next round, Allah. Ihr müsst euch den... Wollen wir einen neuen Avenger holen, oder? Nein, wir sind hier... Wie sehr ist der kaputt? Schau auf die Rotäumen, wie sehr ist der kaputt? Dominik wollte Raketen schießen! Ja, Mann, Mann! Dafür stirbt dein Team-Mate. Ach, ja, hat er schon erledigt. Aha, und dann mein Team-Mate ist das wieder... Nein, ich wollte eigentlich Dom Interaktik, entschuld'ced! Jups, machen wir jetzt was... was Schwieriges! Dann mach ich jetzt was Schwieriges für ihr, wirklich horch an! Ey, werss πεbt mich jetzt vor den Nutten! Hah, äh, erượt, er wird... Kompass wahrscheinlich durch zum fleißten像. Haiyaa! O화ah, einer sch mày! HaiyjuAAa! wenn ich bin naja dann ich glaube dann nur eine menschen also dominik doch nein okay auch unser scheiß roter schon kaputt juckt niemand ich wollte keinen neuen ja okay jetzt schon magst du das beste was uns eigentlich jetzt geschehen kann ist das kopf kopfes kommt nun aktuell schon welche was herr und bürger was du bist dumme immer noch hier ich denke ich habe mich auf die richtung für die späne da unten ist kopf geld lebendig muss man auf dem nick warten ne knallen ist illegal schießt auf ihn los schießt auf ihn eine rakete wenn die trifft ja ich habe getroffen ich denke da muss ich um von oben kümmern von oben ist für mich ein bisschen schwer ich weiß und ob das sehr wird jetzt die einfachste kost oder buch ja ja ich halt tot willst du auch sterben aber muss man auch nicht weit halten holen die die drei kommt an die man am teilen ein bisschen doch nicht nachdem man sagt immer nein kommt das mit einem geschlossenen auch die kosten mit neid schock in deutschland ich habe mich jetzt im geschützten ja ich denke jetzt bei mir landern eine kreis hast du ja okay wir gehen jetzt im neitschiff wir machen jetzt eben was kobe 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 max und lia hier steigt bei das darf ich meinen rocket benutzen ich rufe einmal mein teil ist einfach master weg kann ich wer mich abholen leon zum teig ich bin hier unten von hirn kann ich rockenspam moment kann man auch echt los mit der drin benutzen ja kann man milan bis der schlechte piloten ich weiß ich glaube ich habe mich an die kamen damit du musst du beim flug kaffee landen wir sind die spezialfracht ok ja casino ich hoffe ich habe nach so herstellt ja komm ok domic dann lande beim flug kaufen das ist noch da bist du auch ekelhaftes fach oder da ist es auch also ich bin gut aber ich bin super leitet vom außen her keine sterne habe ich nicht nein 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 auch mal du bist du ich bringe raus domic ich meine max lister Milan muss man das man rufen ok du musst er steigt bei mir ab mit mir was die nutze das ist schicht wenn er schon bei mir einsteigen auch nach dem typen gekehlt der drüben ne den Pro mit der MP alles ist es ist dann zufrieden der Brüder und so nicht sein für den Geldplan also ja warte du musst einsteigen Video ich weiß nicht was ich kann nicht so grün im Supermarkt kaufen weil sie nicht ein Toast liebt ein Stück Brot Mata Mann Oh Ich rufe lästern und dieser Lotte f*** mich Schwul Da kommt jetzt stark der für all E3 in den Nightjok hinein noch kommt Ja und er hat wieder Sterne gemacht Er tötet sich jetzt selber Hi Du 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 Ja ich auch Ich töte mich was Alle selbst töten Alle selbst töten Aber ich habe doch keine Bullmila Nein das war nicht Klar bleibt stehen Der Nightjok hat schon angeschossen Steigt ein Okay Savage muss landen Hallo Los Savage lande Oh wow Das ist ein Pin mit Raketen drauf Mann jetzt haben wir ja schon wieder Sterne F*** drauf Wenn er nämlich jetzt kommt Der Typ der Enden hat ne Der Typ der Enden hat Der Typ der Enden hat Nein einfach rein Oh wow es ist zu Wow du schlau Kopf Es laufen Rein Rein Man die Kopf Ey die Kopf gehen jetzt rein ganz ehrlich Die Kopf gehen jetzt rein Die Kopf gehen jetzt rein Los mach zu alter Du fühlst jetzt die Kopf hier Nein der ist raus Mach auf die Lube rein Mach die Lube rein Die Polizisten sind dagegen gefahren Zeig doch Weil ihr eine von euch Molucks Sterne hatte Ich nicht nicht mal Nehmt mich mit Nehmt mich mit Dann musst du auch einsteigen Ich steig in den Kofferraum ein das Platz Ich glaub das wär auch der einzige Platz wo er einsteigen dürfte Wo steigst du denn ein? Dürftest du nicht mal einsteigen? Ja ich bin der Fahrer also So Rein theoretisch hat hier ein Fahrzeugräumen machen Aber ich bin nicht so einer Äh fahr mich bitte zum Tipton Und ich sag dann was bohren Ich ruf Lister an Ja danke Kriegts keine Ahnung Fahr zum Strand Okay Können wir dort einsteigen Ich ruf jetzt Lister, Max wenn du schießt Ich komm zu dir nach Entenhausen Oder wie das Strasse dort heißt Und tick dich Da bohren ich nicht übring Sonst heißt er einsteig Fast richtig Ey jetzt kurz Milan schieß mal kurz Weil dann hab ich nicht geschossen Fahre Der eine Schmuck verfolgt dann schon Ja Wow Ist das ernst das ist jetzt ein Mooper? Ja es ist ein Mooper Raft so Alle seltenluftjahren Alle seltenluftjahren Nein Er steigt aus Ja ich wollte seltenluftjahren Ja er ist gestorben Ja er ist gestorben Max steigt alles schnell Los Geschwindigkeit Wo ist der andere hin? Wo ist der andere hin? Wow Max Wow Max Was ist? Das zündes im Titan Ich fack dich Oh gut die Idee danke dir Ich war einfach trick 17 Warte hier steck ein Ich zünde gleich in 5 Spaß Ey ich sag mir nicht zünden soll okay Milan Ja okay Ja okay Du musst dein lesen von Milan und von Liam ab Kannst du zünden? Ja Okay Bin schon Danke Wahres haben wir wie die Sterne hier Ja ich mach trick 17 Es geht auch zu dem Ding um Ich mach kurz trick 17 Trick 17 du aus Google gegoogelt hast Mhm Mach nach und ich will das mit den Titan ist noch Was wollte ich noch machen? Ich fick Mir bitte einfach was wollte ich machen Ja wirst du sehen Der kommt schon wieder mit dem Moobike Ehhhhhhhhh Aaaaah 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 Ach egal wir halten das aus Ja aber nicht mehr lange Ja ich soll es sagen Doch Ich glaube wir noch ein oder zwei Rocks Das sind hier auch weg Ja Ich hab ne Idee Wurfen der Typ Daumen Die alle wollen ihn mit happen Ja ich glaub dein Titan ist schneller weggefickt Also schauen kannst wenn der da mitkommt Der hat keine Raketen mehr also verpiste gezeigt Der will in Hydra warte kurz Warte leer Nitra Der holt irgendwas dort Bei Pegasus Ach da ist du da ist ein Bike Ja Ich hab ne Geld zum Teil Ja 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 Naja Lass mich raus, du fetter sein! Ne, holt mir das rein, dann los! Ja... Das Ding ist, wenn Dominik uns jetzt ins Wasser versenkt, während die Luke zu ist, dann ertrinken wir. Nein, Mann. Doch. Nein. Dich selbst umbringen, habe ich schon mal bereit. Äh, was soll ich suchen? Ähm... Zu, ja gut, perfekt. Ey, da kommt ein Lootbike. Aufmachen, aufmachen, aufmachen! Lass dich drehen! Aaaaaah! Oh-oh. Aaaaaah! Oh-oh-oh-oh! Tötet euch, tötet! Nein, nein, nein! Ey, Junge... Welches Level ist der? Warte, welches Level ist der? Level 0, Mann. Level 173. Ja, ist ein Lappen, Mann. Er lasst einfach mal Spaß haben mit dem Titan. Ach so, das war einmal, weil wir das kopf... Und jetzt haut der ab! Und jetzt wird hier jemand, glaube ich, abgefarkt. Ja. Wer will ihn bis 50.0 abfahren? Noch wie zu dritter Frau... Drei Laser, drei... Ne, ne, vier, 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 vier Laser... Oh, Leute, der hat auch meine Bombuschka zerstört. Geile Sache. Nein, das war ich. Milan, das war ich. Ich hol' einen Laser. Hast du gehört Milan? Lass ihn dir hier, mit deiner Bombuschka war ich. Hm? Lass ihn dir eine Bombuschka war ich. Habe ich noch ein Avengerbauer in den Stützen war? Habe ich dein Ding mitgeballert? Wo himmelt der jetzt gerade rum, dass ich ihn nie sehe? Das wird über Kopf gehören. Was werden wir, dass ich ihn jetzt gleich mit dem Laser früher sehen würde, als du mit einer Presser? Ja, jetzt habe ich ich was auch im Visiten. Wow! Verlässt du dich hier... Ja, durch ein Helikopter-Songesett. Ja, ich weiß! Wow! Ich wette, wenn ich gleich lächle, dann wird er den Laser an. Und schießt ja noch mir in den Rücken am besten. Richtig nett. Oh, hier vorne pimmelt der rum. Du krillst ihn, los, 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 los! Ich hab ihn. Mit was fliegst du da eigentlich alle rum jetzt? Ist das der? Mit was fliegst du rum? Mit dem Laser zu meinem Laser? Mach ihn weg! Ich hab versucht dir zu helfen. Oh Gott, kannst du dir bitte weg sein vom Killipattern hol ich mein Ding. Äh, meine Ahüterung. Du hast gar nicht Pegasus. Du hast gar nicht Pegasus. Du hast gar nicht Pegasus. Oh, kannst hier nur spawnen, wenn sie Pegasus ist. Mhm. Maman. Dumme, destroy ihn. Mit einer Mark 2, du Lootbiker. Ich kann besser mit dem Mk1 mit der Raketen ungelenkt treffen als mit dem Mk2. 2,1 draufig. 2,2 draufig. Wie lange ist er da? Das hätt schon nachgelegt. Nacht schießen, bitte. Ich sag dir nicht schießen! Hi. So, 4-1 für mich, bitch! so ist der nappen wir hatten immer noch kopfgeld ja das ist gleich ja er ist ein bot man sie mir auf den dingen wir sind der bot simulator 20 jetzt schlug doch nicht ich hab Angst zu schießen wenn jeder alles sagt ich hab's ja und er hat mir keinen Angst gegen das ist ich mal die ganze zette aus dem noob weil ich hab schiss zu schießen ja du kannst schon schießen wenn du mich triffst nicht schlecht ja natürlich ich höre dann schon wieder das rumgeäule ich weiß ist ja und er verrägt nicht war er und man kann man sich nicht stellen und Spaß 9 ich will ich kündig der alt haben ein Elisert gerade war so ein legendär das war nicht Milan ich weiß ich meine auch nicht der ding der ich ne profi klutz 20 20 alter stellt mich ein ich werde alle rutsch jetzt testen ob sie euch zu dir oder nicht ich krieg alles zu weg zu dir darum fliegst du immer noch mit deinem Noobike rum naja ich hole meinen Gläser und dann hole ich jetzt Noobike Spaß ich hab halt auch gerade von vier Leuten vergewollt ganz ehrlich versucht uns hier abzufangen und jetzt sieht man was für macht das ist mehr viel spielen also ich finde ja so abfangen das ist witzig kann man halt auch machen machen wir halt selbst auch jetzt gerade oft zusammen aber wenn man halt auch die leute abfakt wird zusammen spielen man sieht es auch weil sie zusammen was machen und dann selbst wir fahren halt so viel zu einem Auto rum und der kommt in Dubai dann ist man schon selbst schuld wenn man wenn man dann noch rumhäut ist wenn man zu viert auf einen geht dann ist man schon selbst schuld er wollte er wollte mich leckraketen er wollte mich leckraketen ja er wollte mich leckraketen er wollte die leckraketen mein Kills ich glaube ich bei mir 6 1 oder so und 5 1 habe ich hier wieder ja ich hab mir lange wie arrogant wie lang weißt du hochnäsig ist wie arrogant mindestens bis jetzt doch nicht gecheckt hast ich weiß nicht was hochnäsig ist ja eben das ist wie arrogant das ist was auch so gut heißt zum Glück er ist das erste Tür ja ich dachte weil der Kopf geht plötzlich weg ist von mir ich bin es wird so ich kann so gehen wenn ich ich bin im nein oder also es gibt ein Zell wird schädig hat das er wird sich dort und kommen ich bin ich dumm in dieser kann man echt selber dran schuld mit dem zwei erhebungsweise sind sie dann anlegen wenn ich weiß dass sie nicht scheiße sind p2 von z zwei vor vier sind die scheiße aber nur ein spiel Oh ja, und du bist scheiße. Ey, Milan. Ja, du bist, du weißt warum. Du zielst halt zwei Leute so beschiss, wie du bist. Was muss ich selbst von Schuld aus dir sagen? Dominik! Ja, ich bin zuerst dort gewesen! Ich bin zuerst dort gewesen! Du, Tee. Ja, ich gebe mir gerade einen Laser. Dominik liegt gerade Einzelteile von dem Jet. Ja, das ist wertvoll. Das ist wertvoll. Also, ich glaube nicht, dass Pink wertvoll ist. Doch. Hä? Noch gar kein Sinn. Und Dominik lockiert so gut wie jedes Fahrzeug so pink. Also, Dominik steht dort Dildos. Das macht halt absolut wieder keinen Sinn. Jo, Alter, es gibt Dildos ja nur im Pink, Alter, ne? Es hat sich auch. Es hat sich auch. Bei mir ist es gespannt. Dann muss sie noch töten. Hab ich schon. Die Hydra kommt! Der schlechte Hydra P-B in die EU kommt. Ist nicht schlimm! Ey, Milan! Er macht halt noch extra Mann! Du hast gesagt, das ist nicht schlimm! Wer hat nichts ausversehen ist, weil du auf den anderen... Hey, nee, Milan, hast du Zeitsturz so... Oh, komm! Anno muss jetzt auch nicht hier um sein Leben schwitzen. Man kann ja auch mal ein bisschen Spaß haben. Hallo, ein Hydra! Ah, da ist er tot! Eindeutig Selbstschiff, Mann! Ich hab' genau vorhin geschossen, aufs Haar genau vor ihm. Dominik, vorhin mit den MTV. Hör mal. War ich mal eigentlich mit Hydra aus und mit Laser aus, oder? Ey, Milan, war ich eigentlich mit Hydra genauso Lenkrocks aus wie mit dem Laser, oder? Ja, ja. Ja, moin, das ist... Thema als... das ganz andere Easy zu der Welt. Ich hab' gesagt, mein Flutschkoll kann nicht mit dem MTV rein. Dominik wollte mit... hier in den MTV rein. Dominik hab' dich gestimmt. Wow. Was war... Du hast mit der Katrin schon gesagt, hm? Ja, hab' ich auch, Mann. Außer wenn er selbst provoziert wie Scheiße. Was ist denn gesagt, dass ich groß hier war, oder? Dominik versteht doch keinen Spaß, oder? Doch schon. Ich meine nicht. Mion, willst du ihn nennen MTV? Ihr lernt aber auch nicht seinen Namen. Ihr lernt aber auch nicht seinen Namen, oder? Er ist doch drin! Wurfen der... Wer ist denn am Pimmeln? Waaah, Milan ist vor mir am stehen und ich will schießen. So, ne, Nutella. Ja, schieß das Milan. Warte mal, Achtung. Töt ihn! Wuuuuh! Wuuuh! Morgschmacht hab' voll ungelieb! Ich war... ja, Junge, doch ist das... Wie du ihn halt wirklich abknallst! Hahaha! Wo ist denn der Typ raus? Ey! Der ist los! Sie hat dich abknallt! Ich hab'n gekillt! Ich hab'n gekillt! Ich hab'n gekillt! Ein hoch auf mich, hab'n kill! Geile Sache! Wah, Otto! Der Mensch, wenn man zu aggressiv rein, fliegt man auf'n kill geirrt und dann realisiert man das in Palmen und Laternen. Dann merkt man, man ist ein Idiot. Weil man Dominik heißt. Genau. Nein, Krill. Viel Spaß! Äh... RealplayerXE fragt man mitmachen kann. Ja klar, warte! Kannst du? Wir fucken grad'n Spiel ab, wo uns vorher halt zu... er abgefuckt hat. So, wir wollten vorher was machen, er hat uns abfuckt, jetzt fucken wir ihn grad zu viert ab. Äh wenn man mir das schickt, kann also... Also, er hat gesagt, danach ich schreibe wie... Hö oder Heil oder Einer Watteschreiben will. Dann lass ich gern die Party ein, dann wird man Lobby eingeladen. Oder kannst ja gegründet, dann kann ich gern mitmachen. Ein Krill. Ein Krill. Ein Krill. Ein Krill. Ein Krill. Ein Krill. Und natürlich will ich, wenn ich viel zu spät auf diesen Nachrichten in meinem Handy auf der Handyshow. Den Moment fühle ich, ne? Ja, ich zu meinem Handy. Du kriegst auch mein kill. Wer stingert auf mich? Hat gerade einer von euch auf mich gestingert? Wer will verlassen? Nein, der ist vorne noch. Die Frage ist, wieso triffst du einen und der hat Pause, er will verlassen. Ach so ein Bodenflug. Töte dich so oft, wie geht's? Easy, Alter. Komm, ne, kürzerein. Vier Leute, die sind mit einem Auto, wen fackt ab? Die vier Leute. Und auf einmal kriegt er absolut die Jets einen Helix ab, oder? Aber irgendwie mag Schydra mehr als Laser. Kann ich besser mit Fliegen irgendwie, keine Ahnung. Letztes Mal meinst du so, äh, Hydra ist so scheiße. Ja, hab ich aber gesagt. Hab ich selbst gesprengt. Woid Tüten mit Fliegen. Ja, ich hab's gesehen, die Rakete war komplett in seine Face. So in die Sitzung, absolut zu scheißen. Nur die Belegung. Wenn mir mal eine, fährt. er wird mit übernommen er noch mehr wir sind auch noch nicht gelöst dass unter dem Thema sich bequotet wir haben ihn nicht mehr weiter ja scheinbar ja was ist nix ja man will das unter dem negativ kommt oder vorhin man lässt es dort hinten gespunnt im kanal warte ja davon muss ich jemanden übersprungen ja man ist es weiter vorne gespunnt, vorne noch hinten nicht hinten, nicht so noch hinten dort gespunnt auf geradeaus weiter dann überfahren wir ihn nochmal oder also ja dieses auto ist natürlich viel schwerer als das scheiß gepanzerte auto weißt du plötzlich kommen zu 500 von der typen rein und seit dann sind es äh fünfergäng und vor allem haben wir Probleme auf alle quittigen kommt noch immer so ein richtiges Gengang an so einem laser auf einmal quittigen alle kommen zu laser und nachher war auch unmittelbar sie und so ein gestärkt mit sie haben noch einmal so zehn Leute gegen uns zu 10 gegen 4 nachher merkt man 10.000 Scheiß das hat schon die es ist ein Jahr mit GTA Zukunft ein er wurde mit dem Markt oder unten Lollion schütteln der erste Luft wer hat nun mal Max auch wenn er nicht gemacht wird und es ist um die ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ja ich habe mich an Schicksal der Titel der Wahl also in der Zeit der Jahrhundert Du hast kein Laser! Maaaaaaah! Dominik! Ich hab dich nicht mal getroffen als Heuniges! Hast du uns wohl, du fette Sau! Ich kann auch immer Terobald gehen, das weißt du. Er juckt mich nicht. Juckt mich das nicht, Dominik? Ja, warum so? Aus! Wenn sich er so nicht juckt, dann war der Terobald anfordernd. Ja, was soll das nützen, wenn du in die Terobald gehst? Sag's mir doch! Vielleicht irgendwas mit Explo-Munition. Aha! Wie er immer mit dem... Du bist halt viel schlimmer als Max. Nee, Max, hab ich eben nicht. Ich hab zu dir gesagt, wofür brauchst du Explo-Munition, wenn du sowieso niemanden... äh, nie freien Modus spielst. Das war mein Wort damals. Ja, jetzt, aber damals. Trotzdem bist du jetzt viel schlimmer mit dem Teil als Max. Ach, komm, Domi, ich hab das Ding noch nie eingesetzt, außer einmal, weil ich dich aus Spaß träumen wollte. Nee! Betonung auf nie, bis auf einmal. Nee, wenn man dann so sagt zu einem Kumpel, ja, ich war mit SIDA so, ähm, und, äh, nee, war cool. Ich war mit SIDA zusammen unterwegs. Und auch der Kumpel sagt, auf Beton auf unterwegs, so zusammen. Ja, ich hab eine schlechte, äh, äh... Max, wenn, nee, wenn Max mit seiner, äh, Netflix-Freundin was schaut. Zusammen was schaut. Auf Betonung, zusammen, oder was schaut. Hey, Dominic, Max ist am Stream, erwähn's lieber nicht. Ah, ja, sorry, ich wollte nicht bei allem verraten, dass du ne Netflix... Dominic, ich sagte, ich mach gleich immer raus und hol dich davon hin. Waren Exa daneben geschossen! Hast du nicht, du hast jetzt schon drei Anflüge mit Absicht auf mich geschossen. Darf ich auch mal auf den LAN schicken? Absicht. Nee, 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 nee. Glaub mal. schießt auch gleich mal freut noch mal auf mich was habe ich hier dann denke nach ok der rocke sind da bin ich jetzt erst an der blübungen ich bin mir kann von mir benutzen musch ich finde mehr muschi auf das mit raketen entschädigt zu mann im Raketen Ski brauche es nicht ob schon für Milano spielten Muschie auf ob es nicht mehr zu nachzumiel an hübschel und ja er hat es als er ist im Terabyte drin Lutz Spreng-Moditionen Muschi die dinge ich eigentlich dauerhaft nicht nicht so dumm nicht ganz ehrlich ja es ist darauf ankommen dass du wieder gestimmt werden willst weil ich jetzt war mir auch ein bisschen was nur klar dass ich eigentlich so faszinierst